So, hallo und damit wieder herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Crack Attack. Ich bin mal wieder zeitlich ein bisschen indisponiert, deswegen spielen wir mal einfach wieder eine Runde Crack Attack, in der einfach wirklich nicht viel passiert. Einfach damit ich ein paar Folgen habe. So, also ein paar, wie gesagt, ich werde jetzt ungefähr, keine Ahnung wie viel Zeit Crack Attack spielen. Ähm, das wird wahrscheinlich nur eine Folge geben, weil ich jetzt halt unbedingt noch eine Demo brauche, oder einen angespielt, oder was auch immer. Nachdem das Feedback zu Crack Attack ja kürzlich so umwerfend war, habe ich gedacht, ach cool, spiele ich noch eine. Äh, für alle die, die es nicht verstanden haben, es hat keine Sau interessiert, dass ich Crack Attack spiele. Ähm, ja, reicht. Ich spiele ja auch für mich. Ausschließlich. So. Bäm. Gut. Äh, ja, was soll ich sagen und nicht lügen, wir zocken halt Crack Attack. Nichts besonderes. Eigentlich. So. Der kommt auch gleich wieder weg. Dann können wir den mal so hin machen. Wunderbar. Das war nicht ganz so clever, aber das passt schon. Und dann können wir den dann machen. Der kommt da runter. Da, 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 da. Und dann würde ich so sagen. So sagen, so sagen. Ah, verdammter Fu. Wupp. Ah, okay. Habe ich mir jetzt ein paar Sachen verbaut, die ich eigentlich noch haben wollte. So. Und die eine war jetzt die da. Und das andere ist jetzt natürlich das hier, dass wir da natürlich jetzt ganz viel Platz machen wollen. Ähm. Da geht's rüber. Da geht's rüber. Da geht's rüber. Zack, zack, zack. Äh, das war nicht so gut. Ich muss mich mal orientieren. So, machen wir mal den weg. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Kann man hier noch den da weg sagen. Dann würden wir hier sagen, der und der. Der und der. Der. So. Hier weg und dahin und darüber. Dahin. Dahin und dahin. Dahin. Dahin, dahin. Dort noch ein bisschen und dort noch ein bisschen. Der kommt noch weg. Der, der. So. Super. Ja, so kann man es auch machen. Der wäre auf jeden Fall auch weg. Dann würde der wegkommen. Und dann der dahin. Das hat jetzt nicht so richtig geklappt. Äh. Das klappt jetzt auch nicht. Das war auch blöd. Äh. Ja. Sag mal, was denn gerade los? Gerade kriege ich lauter. Flupsels. Aber halt. Andere. Zack, zack. Zack, 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 zack. Und der kommt weg. Und der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt da runter. Der käme da rüber. Der käme da runter. Dann käme der da hin. Dann käme der da hin. So. Dann käme der da hin. Der käme da hin. Der käme da und da hin. Können wir dich wegmachen. Können wir... Ah gut, das war jetzt Blödsinn. Dann kann man aber das so machen. Ähm. Dann können wir hier mal sagen und du. Wunderbar. Dann würde ich da mal sagen du, 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 du. Da und da. So. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen. Hier oben. So. Da käme noch ein bisschen was weg. Da käme noch ein bisschen was weg. So. Der käme weg. Der käme weg. Dann würde ich den und den mal runterwerfen. Dann käme mit dem mal da rein. Dann können wir den da runterwerfen. Und dann können wir nämlich hier wieder ein bisschen aufräumen. Wunderbar. Und dann können wir hier sagen Juhu. Und dann sollten wir hier auch mal ein bisschen aufräumen. So. 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 Oh. Das gibt eine Grütze. So. Und so. Und so. Und so. Ah. Und Fick. Heieiei. Und der. Bäm. Super. Das war gut. Das war eine gute Aktion gerade. Dann kommt der noch weg. Dann käme der da hin. Und der da hin. Und der käme da rüber. Ach. Shit. Das wollte ich nicht. Ah. Fudel die foot. Okay. Äh. Das war jetzt ein bisschen stressig. Wie gesagt. Ich bin aus der Übung. Früher war das für mich alles kein Problem. Wir legen einfach direkt weiter. Nochmal los mit einer neuen Runde. Höhen. So. Dann würde ich dich mal da hinpacken. Äh. Ne. Komm. So. Ich bin am. Ach komm. Was soll's. Man muss es nicht immer strategisch übertreiben. Das passiert eh automatisch irgendwann. Zack. Zack. Wo komme ich jetzt hin? Ach ja. So. Dann nehmen wir dich und dich. Und dann können wir dich nehmen und dich nehmen. Und so sagen. Na gut. Da wollte ich wieder zu viel. So. Äh. Dann schieben wir den da mal rüber. Und den mal da hin. Dann würden wir den mal da hin tun. Und dann machen wir das so. Genau. So. Und so. Das ist gut. Dann können wir hier mal schauen. Aus. Gezeichnet. Zack. Zack. Äh. Dann würden wir den mal da hin tun. Dann können wir den mal da runter holen. Dann können wir den mal da hin schubseln. Dann schwupseln wir den mal da rüber. Da haben wir da auch ein bisschen was mitgenommen. Du kannst da hin. Dann kannst du vielleicht da hin. Ja. Wunderbar. So. Ach ja. So. Da kommst du hin. Na. Das war nix. Aber dann halt so. Dann können wir dich noch verbessern. Dann können wir dich noch darüber tun. Können wir dich und dich da hin tun. Können wir dich da hin tun. Können wir dich da hin tun. Zack. Können wir dich darüber tun. Du bist da. Dann kannst du wieder da weg. Dann können wir dich da mal stapeln. Du kannst von hier aus da rein. Dann sortieren wir den mal da hin. Damit wir es gemacht haben. Dann kommt der da hin und da hin. Dann können wir den mal da rüber tun. Und dann sind wir da und da und da. Und da und da. So. So. Dann haben wir euch alle weg. Können die da rein. Der kann darüber. Der kann. Oh. Von mir aus kann man das auch machen. Dann kann der weg und der weg. Dann sind wir nämlich da. Wunderbar. Zack. Dann geht es. Zack. 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 Und dann haben wir den Spaß auch weg. Können wir dich da hin tun. Dann können wir hier aufräumen. So. Da unten gibt es noch was. Wo haben wir denn noch. Ach. Ne. Sortieren wir das lieber da hin. Genau. So. Der wäre dann so. Und dann wäre das so. Und dann könnten wir hier den da weg machen. Und dann können wir noch den darüber tun. Und den darüber tun. Und den hier rein. Und dann haben wir dort ein bisschen was zum wegschubseln. Und dann können wir das darüber schubseln. Holen wir hier gelb runter. Da haben wir. Das ist gut. Der kann da weg. Der kann weg. Der kann weg. Und der kann weg. Äh. Ja. Von mir aus so. Dann so. Dann so. 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 Und so. So. Dann können wir den weg machen. Dann können wir den weg machen. Dann können wir den weg machen. Zack. Gut. Das wollte ich jetzt nicht so. Aber es ist okay. Das Wichtige ist, dass wir das Zeug weg haben. So. Du kommst da hin. Du kommst da hin. Dann kommst du da hin. Kommst du da hin. Kommst du da hin. Kommst du da hin. Ähm. Haben wir hier wieder ein bisschen Ärger. Okay. Das war jetzt doof. Dann wollen wir dich noch weg machen. Dann können wir dich da hin weg machen. Dann würde ich dich da mal gern reinschubseln. Und dich darüber. Das war jetzt doof. Machen wir das nämlich so. Auch gut. Gut. So. Da müssen wir noch ein bisschen aufräumen. Da müssen wir noch ein bisschen aufräumen. Zack. 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 Der kommt da weg. Dann. Oh ja. Den haben wir. Der kommt da weg. Dann wird es mal Zeit hier wieder ein bisschen aufzuräumen. Nämlich mit dir. Zack. 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 Und zack. Und zack. Und zack. Und fluff. Und fluff. Und fluff. Und fluff. Und fluff. Und darüber. Und dann machen wir den da weg. Und dann machen wir den da weg. gerade ist wieder panik das werden der hier dann haben wir den da dann können wir hier unten den aufräumen oh ja der ist dann hier drüben dann haben wir den da und dann haben zack 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 einmal hier ein zwei drei einmal den darüber zack 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 okay ja hier bitte so ich sehe gerade gar nichts hier unten super da wollte ich es nicht haben aber das ist auch egal weil das gerade eh wieder panik ist ok und hier umdrehen wunderbar gut dann machen wir den noch mal weg dann machen wir den da mal weg und den da mal weg so dann wäre das hier und dann würde das bedeuten dass du hier weg kommst und dann hätten wir dich da und dann kämpfst du da weg und dann kämpfst du dort weg dann kann man dich da noch weg machen dann können wir zu dir sagen du kommst weg und du kommst weg dann bist du da auf jeden fall schon mal erledigt dann kann der weg dann kann der weg der kann weg dann machen wir hier mal die steine runter das ist okay der kann weg der kann weg wo ich sehe gerade wieder nix ok da haben wir jetzt zumindest ein paar sachen aufgeräumt dann müssen wir mal hier unten ein bisschen aufräumen in dieser panik die wir gerade haben da ginge noch was weg da ginge noch was weg so da können wir noch weg machen da können wir noch sachen weg machen dann kämen hier sachen noch weg da können wir dennoch weg und dennoch weg und jetzt wäre es gewesen verdammte axt verdammte axt das war ein bisschen das hat ein bisschen zu lange gedauert bis ich gesehen habe was wir da eigentlich machen können so gut wir stürzen uns in die nächste runde nehmen vielleicht den das war ein wir müssen jetzt noch nicht anfangen mit der panik so es wird nämlich alles noch früh genug panisch wie gesagt ihr kennt es ja schon super so dann fangen wir mal an da unten so und das ist in ordnung dann würde ich mal dahin tun dann kannst du nämlich darüber kannst du dahin und dahin so du kannst da rein du kannst da rein du kannst da rein dann bist du hier oh yeah schade naja ok passt auch eigentlich wollte ich was anderes machen so wunderbar das trifft sich auch ganz gut das trifft sich fast noch besser so darauf habe ich jetzt einfach gewartet wie gesagt diese bonus dinge sind halt einfach die grütze die halt am meisten punkte geben auch wenn sie einen immer tierisch in die bradouille bringen so cooles spielprinzip übrigens jay und bämm so dann kommst du da weg und du da weg super hätte ich da vorher oben auch noch den dinge weg machen können und hier wunderbar ausgezeichnet dann machen wir hier unten ein bisschen aufräumer rätis aufräumer rätis so ja das wäre das dann ist es das und das und dann würde ich mal so sagen und dann sagen wir hier mal durch und dann haben wir hier eigentlich fluff 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 und du ok so dann ginge das hier ja so über so dann können wir hier das war doof naja egal so ihr kommt hier rein auch nicht schlecht dann können wir hier mal sagen können wir den darüber schieben können wir den da weg machen und dann haben wir euch nämlich weg so dann können wir euch mal hier rüber tun ach ja von mir aus so du kannst dahin du bist da du müsstest auch fast klappen dann haben wir euch dann können wir euch weg machen so 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 und so so geht's hier hin machen wir den da mal weg machen wir den da oben auch noch weg machen wir den dann noch weg machen wir hier den weg so dann machen wir da unten mal wieder ein bisschen platz ausgezeichnet das war jetzt fast ein bisschen doof wie gesagt ich sehe immer die dinge dann nicht ich bin nicht so für so panik spiele der richtige mensch deswegen müssen wir so ganz viel mehr spielen dann könnt ihr mich nämlich so richtig äh versagen sehen ok gut ähm zack zack da noch zack äh langsam wird's aber eng zack 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 und hier bitte und jetzt und dann da und da und da und da und da und da da ok und jetzt das zeug weg machen kann man das zeug weg machen kann man hier weg gehen sooo kann man da hin 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 können wir den weg machen na komm schon ah puh wollte gerade den gelben umdrehen da habe ich mir zu viel zeit gelassen so ich spiele mal einfach direkt weiter ähm dann machen wir den mal so 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 und so genau so wollte ich das so und so machen wir hier den da so so und so so dann können wir die hier mal wegnehmen den da den da den da und den da und den da und den da den den und hier und hier und da dann geht es darüber 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 da machen wir den da weg wunderbar mit den weg den weg machen wir den weg so die beiden homerweg die beiden homerweg dann kann man nämlich die weg machen zack zack ist egal so wollte ich jetzt wieder irgendwie eine kombi machen hat nicht so ganz funktioniert habe ich mir zu da wie zu viel darüber nachgedacht um es mal so um zu formulieren zuck 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 denn denn und dann gehen wir hier lang bämm bämm ok und ok ok und ok da mal weiter da geht es weiter dann geht es hier weiter dann machen wir den mal weg machen wir den mal weg den mal weg da bitteschön da bitteschön da bitteschön euch beide bitteschön dich bitteschön dich bitteschön ach ja genau da war ja was und euch kann man dann auch auflösen dich kann man auflösen dich kann man weg machen ja hier bitte das ist auch eine möglich möglichkeit kann man auch so sagen ja so da sind wir ein da sind wir ein da sind wir gerade kein machen wir das halt so so du du und du ja ich brauche immer zu lang ich weiß das ist echt mein problem bei dem spiel ich brauche wirklich immer zu lang wunderbar so den haben wir aufgelöst da machen wir irgendwas komisches da unten würde ich den da mal rüberschieben kann man den da rein schieben den dahin schieben so dann würde ich den da mal rein stopfen dann können wir den darüber machen der kann schon wieder weg der kann weg und der kann weg und der kann weg dann müssen wir den weg machen dann haben wir den aufgelöst ach ja so ja was soll ich erzählen ich kann eigentlich gar nichts erzählen weil sobald ich irgendwas erzähle bin ich wieder voll aus der konzentration und dann wird es wieder nur blödsinn was ich da fabriziere nicht dass ich nicht ohnehin schon nur blödsinn fabriziere so weg mit dir weg mit dir weg mit dir ihr bitte und dann kann ich euch sagen weg mit dir weg mit dir weg mit dir weg mit dir so wunderbar du kannst dann da weg dann kommst du dahin ja das ist gut dann machen wir da noch ein bisschen platz machen dann noch ein bisschen platz machen wir da ein bisschen platz so ein bisschen doof grad werde ich das hätte ich später machen können dann hätte es nämlich geklappt so so hier immer die kurzen wege nehmen so den da den da zack 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 hier noch eine runde ja da so wunderbar dann haben wir jetzt nämlich auch zwei mitgenommen kurze wege bitte da lang da lang den da raus danke schön den da raus danke schön ähm dann der da rüber der da hin ähm der da hin 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 wunderbar so der kommt da rüber der kann dann da hin oh ja den können wir vervollständigen hier können wir eine vervollständigung machen da haben wir was ähm zack 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 wunderbar dann würde ich mal sagen du 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 hey dann würde ich sagen du dann würde ich sagen du 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 und du und du so ihr seid da auch noch dran aber ich muss mal auch noch hops nehmen wunderbar äh ja hier oben das ist Katastrophe das sollte ich nicht machen dann machen wir das vielleicht so das war auch doof gut dann machen wir das lieber so das ist vernünftiger das war jetzt auch eine doofe aktion so dann muss ich hier jetzt dicht zusammenschieben na komm schon zusammenschieben den darüber den darunter so hier bitte schön du 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 Äh, immer mehr Panik. Zack, zack, zack. Äh, na komm schon. So, äh, ja, hier, hier, hier. Mann, jetzt aber langsam, ey. Also manchmal ist es echt ätzend. So, dann kommst du da nämlich weg, dann kommst du da weg, dann kommst du da weg. Da haben wir dich nochmal. Da haben wir, zack, zack. Ach, so eine Scheiße. Manchmal bin ich echt zu schnell für mich. So, bitteschön. So, zack, 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 zack. Ähm, zack. Ähm, zack. Machen wir den da rüber, machen wir den da runter, machen wir den da hin, kommt der da weg. Das war nicht so pralle. Ah, okay. Gut, aber ich denke, das sollte für diese Folge auch schon wieder genug sein. Die 600 knack ich momentan noch nicht, ich bedanke mich jedenfalls schon mal für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen. Aber ich würde mich nicht immer sehenjë. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020